Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, als ich gestern hörte, was da in Thüringen passiert ist. Machtgeilheit der FDP oder was soll das sein? Machen die sich keine Gedanken, mit wem die da politisch ins Bett gegangen sind? Machen die sich keine Gedanken, mit wem sie da ins Boot gegangen sind? Ein Björn Hücker von der AfD, der AfD-Nazi, der darf tatsächlich als Faschist bezeichnet werden. Da gibt es Gerichtsurteile. Nimmt das seitens der FDP dort gar keiner wahr? In Düsseldorf wenigstens. Die Düsseldorfer FDP hat sich davon hart distanziert, glücklicherweise. Herr Lindner jedoch nicht. Der FDP-Parteivorsitzende sagt, jetzt müssen die Demokraten mit der FDP zusammen regieren und zusammenarbeiten. Sag mal, Herr Lindner, geht das noch?